Ahoi ihr Stargate-süchtigen Sci-Fi-Fans und willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich habe ein Set mitgebracht, das ihr wahrscheinlich schon tausendmal gesehen habt hier auf YouTube. Ich weiß es nicht, aber ich bringe meine persönliche Note und meine persönlichen Ansichten herein, die doch mal sehr kontrovers diskutiert werden und werden dürfen. Und deswegen bin auch jetzt ich hier dran mit diesem Set. Es ist der Gate Room von Stargate von Blue Bricks. Es kann sein, dass der Titel eventuell ein bisschen reißerisch gewählt wurde. Ich meine, ich muss ja die Zuschauer abholen, die sich direkt auf den Schlips getreten fühlen, wenn ich die Wahrheit sage zu den Steinen, zu der Steinerquartel und zur Konstruktionsweise in den Sets. Der eine oder andere verträgt es nicht, wenn ich sage, dass Steine schlechter sind als die von Lego. Da öffne ich dann immer die Büchse der Pandora und muss mir anhören, dass alles besser ist als Lego. Egal was es ist, es ist auf jeden Fall besser als Lego, weil Lego ist böse. So der Tenor. Gut, haben wir es mal abgefrühstückt. Also alle, die sich aufgrund des Titels eingetriggert gefühlt haben sollten, herzlich willkommen zu diesem Video. Alle anderen, die Bock haben, das Set jetzt hier zu sehen, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich werde euch mal meine Meinung dazu sagen, zur Bauweise, zur Steinequalität, vor allem zur Steinequalität, darüber müssen wir echt sprechen. Und Minifiguren gucken wir uns an und wir gucken uns das ganze Thema an. Ich habe das Ding extra mal so umhengestellt, damit man sieht, wie hässlich es ist, wenn man es nicht von innen sieht. Ist aber nicht schlimm, weil es geht ja um die Innenseite. Genau, die inneren Werte zielen, so sagt man doch. Gucken wir uns erst mal die Zahlen, Daten und Fakten an. Es ist die Nummer 106842 Bluebricks Stargate, Bluebricks Pro Reihe, Stargate Lizenz. Ich glaube Sommer 2024 ist es jetzt erschienen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war. Da steht schon eine Weile bei mir rum. Der Geldrum zu einer UVP von 1,59 Euro und 95 Cent bei 2.430 Teilen macht das einen Teilerpreis von 6,58 Cent. Bei 2.193 Gramm Setgewicht macht das einen Preis von 7,29 Euro. Was ist für mich hieran zu erkennen? Es ist kein Billigheimer Set. Ein Billigheimer Set ist irgendwie unter 5 Cent pro Teil und 100 Gramm unter 5 Euro dann. So 4 bis 5. Wie zum Beispiel das Spielset, was ich hier letztens vorgestellt habe, was wirklich Schrott war. Das war in diesem Bereich unterwegs vom Preis her. Das ist deutlich höher eingepreist jetzt hier. Ich hatte zum Glück das Gefühl, dass die Steine ein Müh besser sind. Sie ein Müh besser haben verbauen lassen. Und auch generell hat das hier einen wertigeren Eindruck gemacht, als das Spielset, was ich hier letztens von Blueworks Play einmal vorgestellt habe. Dennoch finde ich, teurer darf das hier nicht werden. 160 Euro für die Steinequalität ist für mich wirklich die Grenze. Ist für mich gefühlt fast sogar, jetzt sage ich wieder, nichts zu teuer. Da kommen sie wieder alle um die Ecke. Bei Lego hättest du bestimmt. Bei Lego hätte ich dafür bestimmt 2,50 bis 2,90 irgendwie bezahlt. Mag sein, vor allem mit der Lizenz. Und ich hätte die ganzen Drucke nicht bekommen. Das wäre richtig mies und bitter gewesen, weil Lego druckt einfach nicht. Das ist wirklich dumm und schade. Und ich weiß, ich hätte mehr bezahlt, es wäre teurer, aber die Steine wären trotzdem besser. Viel, viel, viel besser. Grundlegend, nur dass sie halt nicht bedruckt wären. Naja, mal davon ab, dass ich sowas von Lego nicht kriegen würde. Aber im Verhältnis zu den Steinen ist mir das gerade so okay vom Preis. Teurer darf es aber echt nicht werden. So, was machen wir jetzt? Wir gucken uns die Verpackung an, würde ich sagen. Genau. Ein riesen Ding. Von vorne so. Gateroom. Wir haben Figuren dabei. Und ich feiere das dermaßen, dass wir wirklich Stargate-Figuren dabei haben. Von der Rückseite sieht es so aus. Und das zeige ich euch gleich alles nochmal ein bisschen genauer. Die Maße kann ich mal vorlesen. 43,3 tief. 27,8 breit. Und 21,7 hoch. Innen drin haben wir noch zwei formschöne Innenkartons gehabt, dass das ganze Ding nicht irgendwie auseinander fliegt. Und ich glaube auch produktionsbedingt ist es so einfacher gewesen. Ja, guck mal. Auch die sind auch schön designt. Das gefällt mir gut. Lego haben wir hier leider immer nur weiße Kartons drin. Ich finde es schön, dass die hier bunte haben, wollte ich gerade sagen. Ah, ja, aber die sind tatsächlich... Da ist überall das gleiche drauf. Vorderseite... Ach nee, Moment. Doch. Da stehe ich mich jetzt doof an. Also einmal A und B. Und von hinten haben wir nochmal die andere Hälfte irgendwie. So, kann ich hier zusammenschieben noch? Wenn ich jetzt... Warte mal. So. So wird ein Schuh draus. Stehe mich doch doof an. Da. Da ist der Gateroom. Genau. A und B. Schön. Mit original Lizenz. Da steht nochmal ein bisschen, was Lizenzthema missing ist. Gefällt mir. Das also dazu. Weg damit. Und weg damit. Darum soll es jetzt nicht gehen. Anleitung. Für Blubixverhältnisse wirklich dick. Ja. Aber es sind unter anderem 2000 Teile. Fast 200.000 Teile. Auch hier der Vergleich zu Lego. Das wäre eine Bibel. Mindestens doppelt so dick. Oder ich hätte zwei Bücher, die dann jeweils doppelt so dick wären. Genau. Designtechnisch identisch mit der Box. Wir hatten acht Bauabschnitte. Und prinzipiell ist die Anleitung gut zu verstehen. Übersichtlich nicht zu viele Teile pro Bauschritt. Das passt eigentlich. Danach hat sie es grundlegend gut bauen lassen. Jedoch. Ich weiß nicht woran das liegt. Die Steine von Blubix bauen sich einfach nicht so eins weg. Wie jetzt zum Beispiel bei Lego. Das ist einfach softer, smoother. Das geht zack, zack, zack. Die Bauschritte sind da irgendwie logisch aufgeteilt. Wenn irgendwas langweiliges kommt. Danach kommt wieder ein bisschen was Abwechslungsreiches. Dann kommt wieder was langweiliges. Hier wird einfach knallhart durchgezogen. Baut das nacheinander auf, egal ob gerade langweilig oder spannend der Bauschritt. Da wird auf sowas keine Rücksicht genommen. Also die B-Note im Anleitungsdesign haben wir hier nicht. Ist also nichts für Leute, die jetzt einfach nur entspannt hören und vor sich hin basteln wollen. Das ist Lego. Da bin ich Kunde. Entspannt hören und vor mich hin bauen. Ist das, was ich am liebsten mache nach einem langen Arbeitstag tatsächlich. Hier so ein bisschen mehr gucken und machen und tun und so. Und das Anleitungsdesign ist einfach nicht auf dem Level wie aus Dänemark. Aber das muss nichts Schlechtes sein. Ich will das ganz klar nochmal betonen, unterstreichen. Der eine oder andere mag das lieber, wenn es ein bisschen anspruchsvoller ist. Das ist wirklich nicht schwierig. Es ist nur ein Level höher. Und wie gesagt, der eine oder andere mag das lieber. Das ist eine Geschmackssache. Ich mag das andere lieber und tue mich hier immer so ein bisschen schwer. Ich habe deswegen hier auch wirklich lange dran gebaut. Und generell, ihr seht ja hier, ich habe ganz viele Stargate-Sets schon von Blu-Rex. Und Bauspaß hatte ich wirklich nicht so richtig doll bei den Sets. Am coolsten war noch hier die F302. Ich tue mich da wirklich schwer. Wenn es nachher fertig ist, freue ich mich, dass ich das Set habe. Das ist cool, aber der Bau ist immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig für meine Bauansprüche. Aber auch hier möchte ich mal grundlegend sagen, ich bin super, super froh, dass es jetzt die Stargate-Lizenz aus Klemmbausteinen gibt. Und da bin ich Blu-Rex wirklich sehr, sehr, sehr dankbar. Auch wenn ich gegenüber Blu-Rex auch immer sehr, sehr, sehr kritisch bin. Ich muss genauso, wie ich Lego gegenüber sehr, sehr, sehr kritisch bin. Auch das will ich natürlich noch mal nebenbei erwähnen. Aber ich bin wirklich dankbar, dass es die Stargate-Lizenz gibt. Es hätte uns schlimmer treffen können. Beim Hersteller, wer auch immer diese Lizenz sonst rausgebracht hätte eventuell. Ich muss noch was zur steile Qualität sagen. Und damit kommen wir direkt zu den Minifiguren, die hier drin sind. Und ich habe zwei Fehlteile. Ich glaube, ich habe drei. Ich habe vergessen, welches das dritte ist. Auf jeden Fall fehlt mir eine. Einmal zwei Plate in Dark Blue Shred. Die ist nicht da. Die Ersatzteile habe ich hier noch. Und mir fehlt was ganz Ärgerliches. Und zwar bekommt der gute T-Rex ja so eine Stabwaffe in die Hand. Und an dieser Stabwaffe kommt eigentlich so ein violettes Ding hier unten noch. So eine einmal ein Plate Transviolet. Keine Ahnung. Die hier dran kommt. Dieses Teil habe ich nicht drin. So hat jetzt eine Stabwaffe. Ich zeige es gleich noch mal aus der Nähe, wo nichts unten dran ist. Ich habe eine in Transclear übrig. Und jetzt könnten böse Zungen behaupten, ja guck mal, Müll, das hat sich bestimmt zwischen den Tüten verfangen. Habe ich gemacht. Ich habe gelernt bei Blue Bricks, ja. Wenn ich das baue, nehme ich einen extra Müllbeutel, wo dann die ganzen Tüten drin sind. Auch in weiß. Sodass, wenn hier ein Teil drin liegen würde, im Beutel einmal, ich das schon mal sehen würde. Und ich habe das alles nochmal durchgewühlt. Alle Tüten nochmal durchgewühlt. Der Teil ist nicht da. Und die einmal zwei Plate in Dark, Blushed Grey, auch nicht. Also, daran liegt es nicht. Das fehlt einfach. Und das dritte Teil fehlt auch. Ich habe nur vergessen, welches. Dafür habe ich irgendwie einen Eimer voll Teile übrig. Ich weiß gar nicht, warum. So ein bedrucktes Ding ins hier. So eine Wörted Fliese. Dann einmal so eine Round Plates auch nochmal. Viele Einerplates und sowas alles. Vielleicht habe ich irgendwo mal was vergessen einzusetzen. Ich mag es nicht ausschließen. Ich meine, extra Teile sind immer gut. Aber das ist bei Blue Bricks typisch. Ich bin dann immer irritiert. Und, oh, habe ich jetzt das vergessen zu bauen? Oder sind die einfach so übrig, weil sie einfach übrig sind? Irritiert mich immer. Aber ich glaube einfach fest daran, dass das irgendwie so grob richtig ist. Wenn ihr seht, dass irgendwo Teile fehlen, die jetzt da in dem Beutel waren, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und jetzt gucken wir uns mal die Figuren an. Ich fange mal mit einer an und dann die anderen drei. Und warum ich die zurückhalte, seht ihr gleich. Tiag. Also ich finde die Figuren, das Figuren-Design-Grundliegen von Blue Bricks, wirklich schlimm und hässlich. Also der Oberkörper, der so über den Beinen schwebt, ihr seht es hier vielleicht, da ist halt so viel Luft zwischen. Das sieht immer so ein bisschen seltsam aus. Aber was gut ist, wir haben bedruckte Beine, wir haben bedruckte Arme tatsächlich. Das ist super, super cool. Bedruckten Torso von hinten auch. Das ist schön. Ich kann sie aufnoppen, aber leider nicht mittig aufnoppen. Sie sind versetzt, weil die Noppe hinten in der Mitte ist. Also ich kann die auf normale Stühle setzen. Wenn diese Minifiguren sitzen, stehen sie immer wieder nach vorne über. Oder nach hinten ein bisschen. Also ich kann sie wieder so aufnoppen, dass sie nicht ganz vorne an die Kante kommt, jetzt, die Figur. Oder ich kann sie so aufnoppen, dass sie vorne übersteht. Ganz glatt aufnoppen geht nicht. Außerdem sind die Füße unten, hinten offen, die Noppen. Wodurch sie aufnoppen so draufgeschoben werden können sogar. Ich muss sie nicht mal von oben draufsetzen. Dadurch halten sie aber nicht sogar die Bomben fest. Wiederum cool bei den Figuren ist, dass die Beine relativ beweglich sind. Das macht sie zwar instabiler, aber ich kann irgendwelche coolen Posen damit darstellen. Das ist ja nicht verkehrt. Das ist sogar eigentlich ziemlich cool, aber es macht halt ein bisschen wackelig das ganze Tiermann. Das Gesicht von Tia kam sehr cool getroffen. Seine Glatze oben hat sogar dieses goldene Emblem, was da eingebrannt wurde. Und seine Stabwaffe in der Hand. So, als ich Tia zusammengebaut habe, habe ich gedacht, oh, was geht denn jetzt? Was geht denn jetzt? Pass mal auf. Vielleicht hören wir das nochmal. Ich habe gestoppt und nicht weitergemacht. Die Figuren kamen alle so. Also der Oberkörper und die Beine waren schon zusammengebaut. Die Arme und die Hände habe ich reingesteckt und den Kopf auch drauf gesteckt. Also Arme wegdenken, Kopf wegdenken und dann war der Tor so fertig mit diesem angewinkelten Bein. Genau so. Jack O'Neill zum Beispiel sieht jetzt genauso aus. Und bei Tia war das auch so. Und dann habe ich die Beine gerade gebogen und das hat übel geknarzt. Und wir gucken mal, ob es das jetzt wieder so macht. Mal gucken. Mikro. Ah, ein bisschen. Habt ihr das gehört? Ein bisschen. Und beim zweiten Mal, jetzt ist es weg. Also einmal in dieser Position und bei ihm knarzt das richtig schlimm. Mal bei Jack O'Neill probieren. Ja, auch da. Und bei Daniel Jackson jetzt nochmal. Oh ja. Hört ihr das? So, jetzt ist es weg. Steinequalität und so. Und was mir noch aufgefallen ist, das knarzt nicht nur, das ist sogar schon beschädigt. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das eingefangen bekomme, vielleicht mal ein Foto von. Über den Noppenaufnahmen der Füße, also hier sind die Noppen und da oben drüber, wo das Gelenk quasi reingeht. Das könnt ihr bestimmt nicht sehen im Video. Haben wir bereits Stressmarken, da ist dieser olivgrüne Kunststoff weiß, durchscheinend. Als würde er gleich brechen, als wäre Druck auf Kunststoff gekommen. Das kennt man so, wenn man Kunststoff so biegt, farbigen, dann ist die Biegestelle meistens dann weiß danach. Das ist auch bei Lego Bauplatten. So, wenn man so Grundplatten hat und die biegt, in der Knickkante wird es dann so weiß. Das sind so Stressmarken. Und das habe ich hier schon an den Stellen von Werk aus. Und das meine ich mit, viel mehr bezahlen würde ich dafür nicht wollen, weil die Steinequalität ist nicht so prall und so dicke. Und das ist echt teilweise Steine wirklich lose von der Steinequalität, teilweise straff. Was besser geworden ist, ist, dass die Stangen, wenn ich die in andere Bricks stecke, mittlerweile gut reingehen und ich mir nicht die Finger dabei breche, wenn ich irgendwie Bars, also Stangen in Bricks stecken muss. So, irgendwie ist das hier alles so straff. Naja, gut. Jetzt gucken wir uns die Figuren einmal an. So sehen sie alle aus an hierher aus. Und die haben sich wirklich Mühe gegeben, die Gesichter so zu treffen, wie sie wirklich waren. Und das ist ganz gut gelungen, muss ich sagen, für so kleine Figürchen. Das ist schön gemacht. Ich feiere das ziemlich, dass wir jetzt diese Figuren hier haben. Für Daniel, Jack und Carter, für Sam, hätte ich auch noch Cappies. Ich kann die Haare jeweils abnehmen und so eine Cappy aufsetzen. Das ist cool. Das ist natürlich dann das Outfit, was Jack auf jeden Fall immer trägt und Sam eigentlich auch auf außen einsetzen. Daniel jetzt nicht immer, aber das ist nett. Wir haben natürlich auch Waffen dabei, auch sehr cool. Ein Pearl Dark Grey, zum Beispiel Sonnenpüsterich und eine Pistole. Jeder hat eine Pistole und so einen Teil. Und ich habe noch in so einem extra Rahmen theoretisch auch noch irgendwie andere Waffen mit drin, die ich dann benutzen könnte. Da ist noch einiges Zeug mit dabei, auch Werkzeuge, zum Beispiel, weil ich nur ein Teil brauche. Naja, also das haben wir alles mit am Start. Ist wirklich ein Display-Thema. Ich glaube nicht, dass diese Beine, wenn man die lange jetzt bespielt, diese Stressenbargen, ich triggere mich so massiv. Vielleicht kann ich das mit einem Foto nochmal einfangen, dass die irgendwie lange halten würden. Die werden bestimmt ziemlich schnell ausleiern. Müsste man mal ausprobieren. So, Gateroom. Ihr seid für den Gateroom da. Und den holen wir jetzt mal ins Bild. Und von außen sieht das so aus. Am Anfang, als ich das gesehen habe, musste ich so für mich denken. Dann habe ich für mich gedacht, Mann, da muss so mutig sein, so ein Set rauszubringen, was von außen so furchtbar hässlich wie die Nacht ist. Ein paar Teile haben sie auch gespart, indem sie hier große Panels genommen haben einfach. Ja gut, kann man so machen. Ich hätte mir natürlich mehr Bricks gewünscht, aber so ist es nun mal. So what? Und ja, also das sieht schon wirklich special aus so und gewöhnungsbedürftig. Aber die interessante Seite ist ja die Innenseite. Aber zunächst, schaut mal, ich habe hier ein Zahnrad. Und ich kann dran drehen und dann geht das Tor unten auf. Ah, wie cool. Ihr könnt schon mal so ein bisschen reingucken. Die Funktion macht echt Spaß. So simpel wie sie ist, sie macht Spaß. Auf der Seite geht es natürlich auch. Ja, ist cool. Fetzt, fetzt, fetzt. So und jetzt, da ist es. Der Gateroom von innen. Mit allem möglichen Zubehör, was so dazu gehört. Wir haben das Stargate erhitten gerade geöffnet. Der Ereignishorizont ist noch oder ist schon zu sehen. Wir haben die Rampe hinauf zum Gate hier oben. Wir haben hier unten zwei dicke Maschinengewehrtürme feststationiert, festgebaut. Wir haben das UAV hier vorne stehen und wir haben das MAP hier unten stehen. Das MAP fällt ja immer durch, guckt sich den Planeten schon mal an, bevor die Menschen durchgehen. Wenn man größere Flächen angucken möchte, kommt das UAV zum Einsatz. Das kann dann nämlich fliegen. So, das ist einmal die Ansicht. Nun kann man das Stargate, wenn man das nicht geöffnet haben möchte, gerne auch verschließen, indem man noch eine Iris da hinsetzt. Die sieht dann so aus. Dann nimmt man das blaue Teil weg, den Ereignishorizont, und setzt das da hinten ran. Übrigens, alles bedruckt hier in diesem Flat Silber. Schön, cool gemacht. Das gefällt mir. Das ist hier alles so ein bisschen eckig, klar, aber das Tor, das Sterntor ist rund. Wie willst du rund mit Steinen hinkriegen? Also, das haben sie mit der Form so gut hingetroffen, und das sieht ja auch durch diesen Rahmen außenrum, durch das Gate nachher wirklich gut kaschiert aus. Ihr habt es vielleicht gerade gesehen, ich kann hier noch die ganze Wand einmal abnehmen, um besser in den Innenraum zu kommen. Das ist sehr gut gemacht. So. Und die Wand an sich ist stabil und funktioniert, und ich kann das hier wieder so ein bisschen, so. Und auch hier, das sind halt wirklich keine mega raffinierten Bautechniken in irgendeiner Form jetzt. Auch hier die Designarbeit hält sich daher schon relativ in Grenzen, auch daher preislich würde ich sagen. Naja, wie gesagt, ich habe es ja gesagt, viel mehr würde ich dafür einfach nicht zahlen. Wo ich sie hier gerade so offen habe, gucken wir uns mal das MAP jetzt an. Kann das überhaupt hier, passt das überhaupt hier? Ja. Und mit Ach und Krach die Rampe. Es passt quasi nicht die Rampe hoch. Das hat wohl vom Maßstab nicht mehr so hingehauen. Naja. Hier ist das MAP. Kann nur nicht hochfahren, passt da nicht hoch. Ist einfach cool gebaut. Das passt schon. Das sieht so aus. Der Arm oben drauf, Kamera, hier, Funksensor da auf der Seite. Die Räder sind Schrott. Also, ihr seht schon, so richtig rollen lassen kann man das Ding überhaupt nicht. Mit Druck rollen sie, aber sehr ungleichmäßig eiern rum. Steine Quartit auch hier bei den Reifen. Äh, ist so semi gut bis schlecht. Total eine Acht drin eigentlich. Naja. Gut. Ist nicht zum Spielen, ist nur zum Hinstellen. UAV, auch am Start. Ähm, das kann man doch bestimmt hier irgendwie, irgendwie kann man das doch, ich nehme das ganze Ding einfach ab. Mit, äh, Gerüst. UAV. Bedruckte Flügel auch nochmal. Cool nachgebaut. Schön, dass es das ins Set geschafft hat. Ja, und das Gate an sich, äh, ist hier eingebaut. Ähm, ich kann, wie gesagt, einmal den Ereignishorizont hier wegnehmen. Komm, mein Freund. So. Sieht dann so aus. Auch bedruckt. Und könnt jetzt die Iris davor setzen. Das Tor an sich ist, ähm, wirklich von der Form hier gut getroffen, wie ich finde. Und alles, was ihr an Dekorationen da außen dran seht, sind hier Drucke tatsächlich. Jetzt ist natürlich der Fokus hier vorne auf dem Gelände. Ähm, mal meine Hand hier hinten hinwudeln. Geht das? Also, jetzt mal kurzerhand hier die Stütze vorne weggemacht. So. Alles, was ihr an dem Tor seht, die Dekorationen sind alles Drucke. Das sind inverted tiles. Ähm, diese 2x4 Elemente. Und auf dem Tor, also die Chevrons, sind auch nochmal kleine bedruckte Käse-Ecken quasi. Ich zeige es euch gleich nochmal aus der Nähe. Und hier unten bei dem Geländer, also das da, was da aufsitzt, das da, da drunter fehlt die 1x2 Plate in Pearl Dark Grey. Das ist wirklich schön gemacht. Vor allem mit den Rohren hier hinten, mit den ganzen Gribling hier dran, der ganzen Dekoration. Das sieht wirklich aus wie der Gateroom aus Stargate, finde ich. Haben sie optisch sehr schön getroffen und umgesetzt. Das hier wieder reinzufummeln ist ein bisschen komp... So, haben wir. Und, ähm, die inverted fliesen, die ich gerade sagte, sind einmal die hier. Es gibt zwei verschiedene Ausführungen. Einmal diese und dann noch eine weitere, wo jetzt die, ähm, die Zeichen drauf sind zum Anwählen. Und auf der Rückseite quasi hat man dann das hier. Also das ist sogar von vorne, das ist halt bedruckt und von hinten nochmal. Und diese kleinen, ähm, Chevrons, also diese eine Raster sind dann hier in diese kleinen Käse-Ecken, diese bedruckten. Genau. Das ist wirklich cool gemacht. So, jetzt setze ich mal das ganze Konstrukt hier wieder drauf, weil das hier vorne ist wirklich nur so ein Rahmen, damit das als Raum angedeutet wird. Wisst ihr, ich wünsche mir jetzt noch den Kontrollraum, der hier drüber hängt, den man vielleicht sogar irgendwo hier heransetzen kann. Das wäre irgendwie super cool. Ach, ich lasse es mal auf. Und dann ist das hier jetzt unser Gateroom von Stargate SG1. Das ist es. So, und damit komme ich zu meinen berühmten letzten Worten, zu meinem Fazit. Und nochmal die Figürchen hier mit ins Bild. Ich finde, eine wirklich coole Idee, den Gateroom, den Gateroom, den Gateroom so rauszubringen. Da muss man sich trauen, darauf muss man erst mal kommen. Also ich hätte die Idee nicht gehabt. Ähm, ich hätte es mir irgendwie als Diorama vorgestellt, weil es von außen echt gewöhnungsbedürftig ist, das irgendwo hinzustellen. So im Regal. Schwierig, tatsächlich. So von vorne, yo, aber darfst von der Seite nicht gucken, musst du irgendwie kaschieren. Andererseits hat man so aber wirklich nur den Effekt dieses Gaterooms. Es hätte es vielleicht verbessert, wenn hier außen keine Panels wären, sondern alles Bricks. Da hätte es von außen schön aussehen. Das hätte mir irgendwie besser gefallen. Am Ende finde ich die Idee aber cool. Und ich freue mich, dass es dieses Set gibt. Vor allem mit diesen vier Minifiguren. Natürlich, General Hammond hätte gerne auch dabei sein dürfen. Wobei der eher selten in Gateroom war. Der ist ja im Kontrollraum oben. Vielleicht haben wir nochmal das Glück. Das verkauft sich gut. Und das kommt irgendwann nochmal. Ich möchte mal die Daumen drücken. Die Steinequalität ist mir grundlegend zu schlecht, tatsächlich. Die muss nochmal ein bisschen besser werden. Den Preis so beibehalten, die Einpreisung. Aber die Steinequalität von der Klemmkraft her verbessern. Das Knarze bei den Figuren mit den Stressmarken. Das geht einfach nicht für neue Figuren. Und ihr kennt ja meine Macke mit den Fliesenoberflächen. Ob ihr das hier sehen könnt, weiß ich nicht. Oben. Die sind halt auch super. Ihr seht es wahrscheinlich überhaupt nicht. Nö. Natürlich nicht. Kann ich das irgendwie? Super scratchy. Ich habe hier andere Scheiben. Mittlerweile, wo die Reflexion nicht mehr so drauf kommt. Kann ich euch nicht mehr zeigen. Müsst ihr mir glauben. Die sind einfach super kratzig oben drauf. Also einige sind gut. Die meisten sind kratzig. Dann müsste alles noch besser werden. Hier stagniert es mittlerweile. Und es ist keine Verbesserung mehr zu merken. Seit einigen Monaten schon. Nicht mehr bei den Sets, was die Steine betrifft. Ja. That's it. Schade. Ich glaube, da ginge deutlich mehr, was diesen Punkt betrifft. Ansonsten, ja. Ich freue mich einfach, dass es Stargate gibt. Ich bin Bluebecks dafür sehr, sehr dankbar. Auch wenn sie noch einiges verbessern müssen. Künftig freue ich mich, jetzt diese Sets bekommen zu können. Schreibt mir also gerne auch mal eure Meinung zu dem Sets, zu dem Video unten drunter. In die Kommentare und dann würde ich sagen, sind wir uns bestimmt ganz bald in einem nächsten Video wieder. Zum Beispiel mit dem hier. Ich war auch in den Bluebecks Store letztens. Genau. Und habe immer sowas hier gekauft. Keine Ahnung. Sah spannend aus. Habe ich eingepackt. Mal schauen, was draus wird. Mal ein kleines Set zwischendurch. Und ja, bis dann würde ich sagen, wie immer, alles Gute. Und Tschüss hier von eurer Steinküste. Mal ein kleines Set.